Jo Leute, was geht ab? Mocke hier am Start. Wir sind in der Natur. Wir sollten mal öfter in die Natur gehen, Jungs. Und das gilt nicht nur für mich, das gilt auch für euch. Denn nicht immer nur zu Hause Gammel, muss ich sagen, ja. Nein, Spaß, Jungs. Natur heute richtig geil, Wetter endgeil, fällt weg langsam und Mila ist wieder am Start. Milaschen, was geht ab? Mila, komm her. Okay, Mila möchte nicht. Mila möchte heute nicht gefilmt werden, da hinten ist sie. Aber was soll ich machen, Jungs? Heute, mal wie immer, ein Gamer-Thema. Thema ARK, ich weiß, den einen geht's auf den Sack, den einen, die einen lieben ist. Man kann es nie allen recht machen. Mir kann man es auch nicht recht machen. Ich wollte vor kurzem mit ARK aufhören, habe es versucht. Habe ich das geschafft? Nein, habe ich nicht. Wieso habe ich das nicht geschafft? Wollen wir doch mal analysieren. Offizieller Server. Ich habe vier Terabyte Raids aufgenommen. Ja, richtig geile Raids. Ich könnte euch so richtig geile Videos bringen. Bin aber zu faul, das zu schneiden. Ist auch zu viel. Um das einfach mal so zu machen, dafür bedäuchte ich sehr, sehr viel Zeit. Die habe ich einfach nicht. Und ich wollte eigentlich eine Compilation machen, wieso ich vom Official Server weggehen wollte, ja. Ich meine, die Leute, die auf Official wissen, die wissen Duping, Aimbotting, was zur Zeit enorm ist, jeder Zweite. Glitchen. Ich glaube, wer den Stream guckt, jeder zweite Tag stand bei uns jemand unter der Base, hat hochgeballert. Inzwischen hat mich sogar ein Wildcard-Mitarbeiter geedit, das bedeutet einen Developer. Und ich habe also jederzeit die Möglichkeit, Leute instant wegzubannen, indem ich den einfach nur mal anschreibe, weil das inzwischen so oft vorgekommen ist. Aber trotzdem kriegen wir die Sachen nicht ersetzt. Und die Leute sind alle demotiviert. Ich glaube, 90 Prozent haben schon aufgehört, bei uns zu zocken. Wir sind gar nicht mehr so viele. Wir sind vielleicht nur fünf, sechs Leute, die zocken. Und trotzdem komme ich immer wieder zu den Official zurück. Frage ist natürlich, wieso. Weil das Game einfach geil ist. Das erinnert mich eigentlich, es gibt ein paar Spiele, die muss man gespielt haben. Und ARK ist eins von diesen Spielen. ARK ist einfach eins von diesen Spielen. Und ich glaube, ich fange jetzt wieder auf Official an. Ja, die einen haben gesehen. Ich war ein bisschen griefen. Griefen ist okay, griefen kann man immer. Aber irgendwo eine Base bauen oder so. Nur, was ich absolut nicht leihen kann, ist, dieser verkackte... Ihr kennt die League of Legends Community, wo jeder Möchigen Hobby-Challenger ist, ja. Wo jeder ein Chat-Global-Elite-Spieler ist, ja. Jeder muss erklären, wie man spielen kann. Selber spielt der Bronze. Und dasselbe ist auf den ARK-Server. Das kotzt einfach nur an. Und dann ergreifen die Parteien. Eine ist für Mucke, eine ist für Kobler, eine ist für Spaten, eine hier. Alter, Jungs, genießt doch einfach. Das ist ein Spiel. Das ist nicht euer Leben. Ich habe Nachrichten bekommen, ich wollen Leute abstechen. Irgendwelche Kevins haben mir geschrieben... No joke, also wirklich. Irgendwelche Kevins haben mir auf Twitch geschrieben, wenn ihr mich in Real Life sehen, stechen die mich ab, weil ich irgendeinen Clan beleidigt habe. Alter, was ist mit euch los? Seid ihr kaputt im Kopf? So, ne, weißt du? Deswegen... Ich habe zwar Bock, aber die Community ist zum Teil nicht natürlich die gesamte. Wir haben so einmal eine coole Community und einmal eine behinderte Hater-Community. Ach, scheiße auf die. Ehrlich, scheiße auf die einfach. Aber mal gucken, ob das mit den Officials was wird, ob wir dann in Ruhe bauen können oder ob wieder ein paar Kevins ankommen. Aber ich will auch was anderes testen. Ich will ein bisschen Overwatch zum Beispiel. Ich zocke, liebe gerne Overwatch. Ich werde mal vielleicht ein, zwei Videos hochladen, gucken, ob das gut ankommt. Ob überhaupt jemand das Spiel mag, weil viele sagen, die kommen bei Overwatch gar nicht klar. Das verstehe ich nicht, weil für mich ist Overwatch ein Spiel... Naja, wie soll ich sagen? Es ist... Wie CSGO, 5 gegen 5. Komm mit. Und wir gehen langsam hoch. Ähm, es ist 5... Ne, 6 gegen 6 ist es sogar. Und die Ziele sind eigentlich recht einfacher. Es gibt ein paar Fähigkeiten. Also es ist super einfach zu lernen und ich kann es echt jedem empfehlen. Kostet natürlich, weil es ein Blizzard-Game ist etwas, aber... Kann ich empfehlen. Kann ich definitiv empfehlen. Und mal gucken, wie das ankommt. Sonst spiele ich WoW jetzt wieder. Horde gegen Ali gefragt. Horde hat gewonnen. Ich habe mir einen Horde-Charakter jetzt. Also ich habe Chartfonds. 30 Euro habe ich dafür geblättert, aber... Bin jetzt auf der Hornseite. Mal gucken. Vielleicht kann man mit dem einen oder anderen zocken. Ja, und sonst mal gucken, was so alles ansteht. Da oben ist eine Nachbarin auch nicht schlecht. Wui, wui, wui. What the fuck. Guck mal, da hinten. Laufen die Rehe auf der Straße, oder nicht? Hund, komm her. Müssen wir mal nach abchecken. Da sind nämlich... Mein Nachbar hat hier so ein kleines Naturschutzgebiet. Und er hat hier so Rehe und Enten und so ein Shit. Und das sieht so aus, als ob die Rehe draußen entlang laufen. Müssen wir mal abchecken. Immer was los hier, Jungs. Ich wüsste, bei mir in der Hood ist immer etwas los. Miela, komm her. Ja, guck mal. Da sind die Ideen. Da sind die Ideen. Miela, Beifuß. Müssen wir mal den Nachbarn Bescheid geben. Ja, da sind wir wieder, Jungs. Sind dem Paar Tiere flitzen gegangen. Hat er die Tür offen gelassen. Aber ihr habt gesehen, die wollen wieder ins Gehege zurück. Haben wir jetzt natürlich nicht bekommen. Momentchen. Aber der Display ist etwas drecklich. Ist immer noch drecklich. Muss ich gleich mal sauber machen. Naja, was willst du denn machen? Die wollen zurück. Die suchen Eingang. Wird der nachher mal die Tür offen lassen oder so. Und die reinlassen. Das wird schon. Deswegen, Jungs, wie gesagt, hier ist immer was am Stisseln. Diese Hood ist eigentlich schon geil. Eigentlich ist die Hood geil. Könnte man mal überlegen, wieder hier hinzuziehen. Oder Thailand wäre vielleicht auch geil, Jungs. Thailand. Mal gucken, mal gucken, was die Zukunft bringt. Komm, Miela. Wollen wir weiter? Naja. Miela. Miela will die ganze Zeit spielen. Die hat mich vermisst. Ich habe Miela auch vermisst. Jungs, ich werde jetzt abdüsen. Wir sehen uns das nächste Mal. Vielleicht bis zum nächsten Video. Haut rein.